Wir sind live im Fernsehen hier. Wie heißt du? Christina. Christina, bist du schüchtern oder was? Nein. Nee, oder? Ja, du bist gut drauf. Ich habe stehen, du machst hier Party ohne Ende. Ja. Schleppst die Männer ab. Unglaublich. Ich habe meinen Mann dabei. Du hast deinen Mann dabei. Sehr gut, sehr gut. Und was habt ihr schönes getrunken heute? Sekt. Nur Sekt? Nur Sekt, ja. Und was geht später noch? Sekt. Sekt im Bett? Ja, genau. Dein Lieblings-Apräschi-Hit dieses Jahr? Hast du einen Favorit? Nee. Du findest alles gut? Für alles, ja. Genau. Apräschi ist immer gut. Okay, doch deine Grüße, NP6 TV. Meine was? Grüße. Meine Grüße? Du darfst grüßen, wir machen die Grußbox. Grüßen, meinen Schatz. Meinen Thomas. Dein Thomas? Ja, ohne Jan. Okay, wann wird geheiratet? Gar nicht. Dauert nicht mehr lang. Nee. Okay, danke. Ja, bitte.